Hey, Junior-Kumpel, lass uns dichten. Jetzt kein Bock, ich hab noch andere. Pflichten? Ach komm schon, Alter, reim mit mir. Hab keine Zeit, Termin um vier? Egal, ist noch ne Stunde hin. Reimen machen kann. Sinn? Das ist doch alles kein Problem. Na los, sag schon. Reimen ist mir zu extrem.